Das ist etabliert, das ist gut, das ist anerkannt und die Schülerinnen und Schüler machen überdurchschnittlich große Kompetenzzuwächse und die Chancen, die ihnen damit ermöglicht werden, möchten wir tatsächlich durch dieses Lesetraining versterben. Die Kooperation zwischen den Schulen und der Austausch zeigt, dass es eine hohe Akzeptanz für das Programm gibt und wir möchten das jetzt ausweiten auf die Klassen 5 bis 6, wer mitmachen möchte, kann mitmachen, das Interesse der Stadtteilschulen ist groß.